Moin Moin Leute, willkommen bei der Pixelmon Battle League. Heute das zweite Halbfinale mit dem guten Kundran, der jetzt hier in die blaue Ecke einmarschieren wird. Die Fans warten schon gespannt. Und in der linken Ecke Fisk. In der roten Ecke Fisk. Mal schauen, wie es Halbfinale ist. Dann haut mal rein, das sieht ja hier richtig gestandet aus. Ihr müsst in die Mitte springen. Jetzt esse ich erstmal einen Fisch. Handshake. Ich fang noch mal kurz schnell hin. Okay. Keine Ahnung, ey. Was weiß ich denn? Wir müssen das erste nehmen. Das steht ja fest. Ja genau, einfach das obere. Das oberste musst du nehmen. Du musst Elektro. Jetzt sind die Pokémon einfach weg. Ja, die werden irgendwo in den Ecken stehen. So, wir warten auf die nächste Attacke. Da sind sie auf einmal wieder. Spannung pur. Statt nur dabei. Grants, man kann ja auch gar nicht kommentieren, was hier los ist. Ja, weil man ja auch nichts sieht. Das sind ja absolute Top-Athleten, die wir hier haben heute. Die geben sich auch richtig Mühe. Und es gibt sich auch keiner hier die Blöße, irgendwie seine Taktik zu verraten, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch kein Problem gegen das Ding. Das erste von Fisch ist jetzt tot. Ach ne, das gehörte gar nicht dazu. Sandarme. Auch eine sehr gute Wahl, muss man eigentlich sagen. Sand am Meer. Sand am Meer. Sand am Meer. Oh. Achso, ich wollte gerade sagen. So, Tourtalk. Auf geht's, Tourtalk. Boah, leckt mich am Arsch. Das macht ihr da oben mit dem Wasser. Oh. Oh. Gut. Okay, das war ein schöner One-Hit. Okay, naja. Das war Knarre. Hab ich das Elektro-Pokémon gerade gewone-hitted? Ja, ja. Scheiße. Ja, ist doch gut, dass du drauf gehst, das ist weiß, oder? Ja, gut. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder, ja. Da ist er wieder. Auch mal ein One-Hit. Cool. Ja, das ist gut mit unterlevelten Pokémon irgendwie. Oh. Und er hat auch noch Feuer. Ja, auch noch Feuer, genau. Das ist ein bisschen bitter. Akania war eine sehr nette Wahl, muss man sagen. Ja, das ist schon richtig. Das hattest du, war das das, was du zu früh entwickelt hattest, oder? Äh. Ist das das überhaupt? Ich hab noch, ich hab noch eins auf dem Computer, das zu früh entwickelt wurde. Ah, okay. Also hattest du das sogar noch weiter gemacht gehabt. Genau. Das hat jetzt ein paar Feuerattacken, aber es bringt ja nichts. Ja, schön. I'm running out of Pokémon. War ja knapp. Ich verbeuge mich. Ja, das Sieger ist da mit Kunran. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke, danke, danke. So, dann verlassen wir mal die Arena. Die Tribüne tobt quasi. Gar nicht drauf klar gerade. Zum Glück hab ich auf Kunran gesetzt, mein ganzes Verlögen. Ich hab alles auf Fisk gehabt. Wir kommen zum Finale von Pixelmon Staffel 1. Wir haben hier im Finale, wen haben wir denn überhaupt? In der roten Ecke haben wir... Gorobei. Gorobei in der roten Ecke. Und auf der blauen Ecke Kunran. Handshake. Handshake. Wunderbar. So, los geht's. Das war aber nicht faire Mittelfeld. Grand de Finale. Jetzt hab ich gar nicht gesehen, was du rausgebracht hast. Ach ja, dein Elektron. Den gleichen wie vorhin. Den gleichen wie vorhin. Ja, ich hatte... Hier hat sich nichts geändert an der Reihenfolge. Oh. Erzählt mal, was passiert, ey. Beide... Euer Video ist ja nur stumm. Auf zwei Drittel. Beide haben wir erstmal hier dick kassiert. What? Ja, Luxray ist schon mal... Hypno hat einen kritischen Treffer erlangt. Aha. Aha. Siehste, so kann das halt mal kommen, ey. Und dann guckt man doof. Jetzt bin ich... Flygon. Jetzt kommen die Beldra. Ach, das war das Vieh. Die Beldra mit sehr starken Attacken heute. Mit sehr starken Attacken? Eine sehr starke Präsentation von Libeldra heute. Jetzt ein Hyperstrahlen eingesetzt. Oh, nach dem Hyperstrahlen muss er sich eine Runde natürlich ausruhen. Regenerieren. Aber... Hypno macht sie im Alleingang, ne? Aha, da ist Flygon kaputt. Aber Typhlusion ist ja auch noch da. Gott, das war der Typhoon. Ach, das war das Ding. Alter, Fisk wollte mich grad fangen, Leute. Hahaha. Oh, Turtok brennt. Oh, Turtok, den hole ich mir, ey. Turtok brennt. Ja, ey, Goro hat so nen Lack, ne? Leute, Goro lackt sich durch, ey. Und Goro, ey, Goro hat einfach fünf Pokémon. Guck mal, das Kangama hat noch ein Kind. Oh, da ist Turtok verbrannt. Oh, da ist Turtok verbrannt. Oh, da ist Turtok verbrannt. Turtok ist verbrannt. Das kenn ich irgendwoher. Turtok und Garados verbrennt, zwei Wasser-Pokémon. Ganz illig. Das ist schon sehr kritisch. Ja. Ich glaube nicht, dass es hier mit richtigen Dingen zugeht. Ne, das... Ich geh jetzt zur Arena und schwemme Goro mit dem Eimer weg. Elektrak? Heißt ja nicht Elektek? Elektek, ja. Hat auch schon dick kassiert. Oh, ja. Sind beide down? Nein, der Kampf ist... Wir haben einen Error. Und jetzt? Das war's doch schon! Nein, ja, wir müssen... Hm. Warum ist der Error passiert? Was stand da? Ja, ja, also wir gehen uns jetzt nicht... Keine Ahnung, was... Warte, was stand denn? Ähm... A battle error has secured. Check the console for details and reports. Back to the Pixelmon developers. Ah, okay, ja. Wir haben ja keine Konsole. Das ist natürlich scheiße. Ja, wir werfen... Ja, ich darf mir ja sowieso aussuchen, welches ich nehme. Ja, eben. Und ich hab keinen Gang aber draußen gehabt. Ach so. Dann mach dir quasi einfach weiter. Ja, ja, genau. Das knuddelt dich gerade. Stimmt, die HP und alles bleiben ja identisch. Ja. Hypno gegen Typhlusion. So. Ja. Half-Lusion jetzt gegen Knogga? Ne, wie heißt das noch? Ähm... Marowak. Marowak. Wer ist das denn? Alter. Ach so, Tragosso. Die Weiterentwicklung von Tragosso. Knogga heißt er. Ja! Und da hat Goro den Fight gewonnen. Ich bin der gewünschtes Fall. Kommt dann immer. Ja, der gute Goro hier Sieger der ersten Staffel Pixelmon Battle League. Die Fans stürmen hier die Arena, um ihren Goro bei dann natürlich jetzt einzufangen. Ey, wuuu! Tötet ihn! Ein spannendes Finale. 1 zu 0 an Pokémon am Ende. Macht ihn fertig, Leute! Macht ihn ab, ey! Er will sich heilen! Oh! Oh! Und da ist Goro down! Oh! Ich klau seinen Orden! Hahaha! Leute, ist ja auch egal jetzt. Ich möchte mich an dieser Stelle für eine sehr schöne Folge, äh, nicht Folge, Staffel Pixelmon Battle League bedanken. Als Sieger gebührt mir die Ehre. Und, ähm, auf jeden Fall schaut bei Kondran und bei Fisk und bei Grants vorbei. Die haben auf jeden Fall richtig witzige Videos gehabt, vorher auch schon. Und, ähm, ich hab ein neues Pokémon gefangen, Leute. Ich hab ein neues Pokémon gefangen, Leute. Und das liegt dann mit dem Wasserordnen. Ich bin gespannt. Genau! Haut rein, Leute! Ciao, ciao! Und tschüss! Also, bis dann! Tschüss!